Richtig, jetzt nimm mir auch ein Visier, du hälst du hier. Alter! Was soll ich denn machen, jetzt Junge, was um alles in der Welt willst du jetzt von mir? Schussbereit, auf dein Zeichen. Alles wieder deaktivieren. So, Nummer 1 kannst du den hier anvisieren. So, den kannst du ja wohl jetzt treffen. Alter! Super, kann mich jetzt auch mal wieder bewegen, danke. Deswegen brauchen wir jetzt die scheiß Drohnen oder was? So, wie sehen wir uns jetzt hier? Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir uns da hinten. Kontakt von v. mehr als ein paar. Segner mit leichtem NG, da, da, linke Seite, auf dem Balkon dort. Na, komm schon. Zweites Ziel. 2, 3 und 3. Bereit auf dein Signal, gib das Zeichen. Auf dein Signal. Feuer frei. Markiere 2. Die haben wir leicht gefunden. Was ist das denn jetzt, Alter? Warum habt ihr euch jetzt schon gefunden? Sack. Aua. Boah, das Ding geht sogar kaputt. Ist ja mega sweet. Ich liege. Ich liege. Danke. Geht's zum Gegendantriff über. Ziel erledigt. Kontakt von vorne. Wo? Kopf runter. Tarnung ist da. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir schnell machen. Und deswegen lege ich mir jetzt mal flach auf den Boden. bin da. Ich muss mich gerade mal kratzen. So. Äh, ich sollte mich ducken für die Tarnung. Oh Gott, ich bin gespannt, was wir jetzt hier finden werden. Junge, wir warten. Bleibste. Alter, er hat ein scheiß Kopftuch auf. Zieh ihn den Kopftuch runter. Junge, das ist nicht gut. Ihr habt jemanden mit ne schöne Hand, der wahrscheinlich nicht der ist, der den ihr ihn haltet. Und wer ist er jetzt schon? Okay, zurück, zurück, zurück. Los auf die Beine hoch. Zurück, zurück ins Kämpft. Lass mich weiter, zurück her. Oh Lord, Hunter, wir brauchen diese Jäger. Vielleicht doch, dass jetzt die Jäger kommen. Können sie ihn ins Ziel halten? Sicher, ich bleib dir. Bewegung, los. Bleib. Okay, Jäger ist ihnen. Oh, denk zu, bist du. Komm schon, komm schon, komm schon. Boom, Baby. Okay. Das geht jetzt nicht mehr. Okay, aber es ist hundertprozentig der Falsche. Die nehmen den scheiß Kopf nicht mehr. Okay. Das hat geklappt. Alle in Ordnung? Dann okay. Bestens. Einsatzbereit. Da sind sie verletzt. Mir geht es gut. Was ist der Plan? Sie nach Hause zu bringen. Aber zuerst brauchen wir Deckung. Gehen wir zum Hangar. Okay, gut. Das ist doch der Richtige. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich habe mir schon gedacht, das wäre nicht der Richtige. Weil es wäre zu einfach gewesen jetzt. Naja, ich könnte die Putzwark halt ruhig nochmal durchwischen. Overlord, hier Hunter. Paket gesichert. Verstanden, Hunter. Der Hangar scheint eine Art Unterbau zu haben. Sammeln Sie sich dort zur Abholung. Okay, Overlord. Hat er keine Waffe in der Hand? Ich war mal ein bisschen unsichtbar, dann kann ich ja als Special Typ reagieren. Ja genau, rennen voraus. Besten Idee. Nein, Sie verstehen nicht. Diese Typen, diese Söldner gehören zu etwas Großem. Ich glaube, die wissen selbst nicht wie groß. Hatten Sie der Schwarze auch weiß? Ja sicher. Beobachte sie schon lange. Aber die wurden gewarnt. Ich habe die Akten versteckt bevor sie kamen. Warum? Der Wagen steht an einer Tankstelle im Norden. Ähm. Da. Overlord, Hunter. Der VIP hat wichtige Unterlagen, die wir brauchen. Im Norden, in einem Fahrzeug an einer verlassenen Tankstelle. Verstanden, Hunter. Warten Sie. Wir scannen. Ich laufe mal voraus. Check die Lage. Tarnung aktiviert. Nein, ich vergesse jedes Mal. Wo sind die Ratten hin? Ich will die Ratten töten. Hunter, wir haben immer noch viel Aktivität am Boden. Was haben Sie vor? Hunter sichert die Daten und drückt zur Auswahllandezone vor. Sorry, Leute. Das muss jetzt sein. Insobald ist werde ich das dann schneiden. Aber ich will die fucking Ratten treffen. Das gibt bestimmt einen Erfolg. Hundertprozentig. Alter, das ist was lame. Sorry. Das musste jetzt sein. Ohne Witz. Ach ja. Und sonst so. Hatte eine coole Woche gehabt. Meine war angenehm. Ich hätte echt schlimmer treffen können mit der Arbeit. Das war ein bisschen kräfteraubend. Und eintönig. Höchöcher hierher. Erreich. Aber es geht. Halbwegs gut bezahlt. Cooler Chef. Super Mitarbeiter. ok es war ein selten dämliche idee ich merke es jetzt auch ja okay wir sind hier man es hat streng und springen er kann es kaum kurven laufen wenn du sprint ist sie haben sie einen freien tag verdient ich will die ratten ja trotzdem springen auch wenn er nicht die unterlagen kann ich doch trotzdem springen hier was war es denn scheiß ratten man nicht eine rat erwischt wir haben immer noch viel aktivität am boden was haben sie vor na egal jetzt scheiße ratten kriegt man nicht so meine Freunde ey du bist gerade von uns weg gehts sie gut das ist ein Bullshit wertvolle Fracht da haben wir doch noch einen Erfolg gekriegt freu ich mich doch irgendwas lag ich noch in die Luft ey ich schwörs so dann lasst uns mal ein bisschen wir müssen ja durch augen auf die schauen zu dir pass auf ein gegner mit sturmgewehr ich sehe nicht die Musik ist geil ey die Musik ist gerade richtig cool Digga da ist noch einer wo siehst du ihn sie sind hinter uns da hätten ich habe ihn gesehen kann da noch einer nein wir sehen dich gleich Achtung Schroffinde down sonst noch einer was zum Fick macht ihr da ah sie gucken in den Himmel danke das wird auch Zeit jetzt verrückter Mongo schreib ihn hüber wie viele Faktdaten krieg ich denn hier angezeigt ey das ist noch einer mit Schrotgefähr auf 2 Uhr Gegner erledigt da ist noch einer die haben die Toten gefunden sie sind alarmiert Achtung Willkommen Ziel erledigt ok das war jetzt irgendwie stirb 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 ok hier funktioniert das nicht ganz so am besten wir lassen die Gegner einfach weitgehend in Ruhe wir müssen uns eigentlich durchschleichen können hmmm ja jetzt wir müssen hier durch Augen auf währenddessen er und am Laden ist gucken wir mal kurz aktive Downloads macht er weiter ja er macht weiter Gott sei Dank